Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 21. März. Heute haben wir dabei Google, Apple, Disney, Trello, Microsoft und Dyson. Beginnen tun wir mit Google. Die haben jetzt eine Strafe von der Europäischen Kommission bekommen, und zwar 1,49 Milliarden US-Dollar. Die müssen jetzt von Google überwiesen werden, denn Google hat seine Stellung im Online-Werbemarkt ausgenutzt. Dementsprechend Seiten, die die Google-Suche benutzen, die dürfen keine Werbung von anderen Firmen schalten und das ist eben eine marktbeherrschende, ausnutzende Stellung, die Google da vertritt und ausnutzt und dementsprechend gibt es die Strafe. Ob Google das jetzt so viel interessiert, ist ja nicht die erste Strafe, die von der EU kommt. Müssen wir mal schauen und ob sich dann was ändert. Was sich auf jeden Fall geändert hat und lang erwartet worden ist, ja, Apple hat neue AirPods vorgestellt. Leider keine schwarzen oder auch goldenen, wie viele gehofft oder erwartet haben, sondern ganz normale weiße AirPods. Heißen auch nicht AirPods 2, sondern einfach AirPods. Ersetzen halt die bestehenden, haben eine neue Technologie eingebunden, also neuen Chip und können mit Siri arbeiten. Aber das Interessanteste bzw. Erwartendste sind natürlich die Akkumöglichkeiten. Sprich, der Akku kann jetzt ein bisschen länger durchhalten und das Case lässt sich kabellos laden, indem man es einfach auf eine Ladematte legt. Und dafür werden jetzt 229 Euro ausgerufen und wenn man auf das Ladecase verzichtet, also auf jeden Fall auf das Kabellose und ein traditionelles Stimp mit Lightning, dann sind es die bestehenden 179 Euro. Und wenn man schon AirPods der ersten Generation hatten, die weiter nutzen möchte, aber das Ladecase haben möchte, dann kann man das auch separat für 89 Euro kaufen. Ich habe es mir bestellt. Meine AirPods waren ja im Dauereinsatz und der Akku ist auch nicht mehr so toll. Von daher hat es für mich gut gepasst, auch wenn ich gerne lieber schwarze gehabt hätte. Nächstes Thema, Disney. Die haben ja in Anführungsstrichen bereits 21st Century Fox übernommen und damit unter anderem auch den ersten Star Wars Film und noch diverse Marvel-Lizenzen. Aber das war natürlich alles in der Mache, denn es muss ja zugestimmt sein von den entsprechenden Behörden in Amerika. Und das ist jetzt auch passiert. Also nach knapp anderthalb Jahren kann Disney nun die Übernahme verkünden und die Summe ist angestiegen. Damals im Dezember 2017 war von 52,4 Milliarden US-Dollar die Rede und mittlerweile sind es jetzt 71 Milliarden US-Dollar. Dafür ist der Deal dann durch. Und 21st Century Fox gehört Disney. Bestimmt eine gute Sache für den anstehenden Streaming-Service von Disney. Trello, ein Productivity-Tool, was besonders auch der Martin sehr gerne einsetzt. Ich früher auch. Mittlerweile nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Trello, ja, mit denen kann man halt in so einer Art Karteikartensystem, Kaban-Words erstellen und nutzen und das auch in Teams tun, um sich zu verwalten. Wie gesagt, der Martin nutzt zum Beispiel auch für den Geek-Talk. Da sehe ich es dann auch ab und zu selber noch. Und Trello war immer kostenlos. Es gab zwar eine Enterprise-Version oder eine Business-Version, besser gesagt auch. Und man konnte Problemlos mit der kostenlosen Version relativ viel machen und das war auch ganz gut. Aber Trello hat sich gesagt, ja, so gut ist das dann für uns nicht, weil wir müssen Geld verdienen. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass ab dem 20. März, sprich gestern, freie Teams, freie Nutzer, also entsprechend in Teams, nur noch mit zehn offenen Boards arbeiten können. Das wird wahrscheinlich für die meisten sogar reichen und alle, die entsprechend mehr brauchen, die müssen entsprechend in die Business-Class oder Enterprise-Version upgraden und dann auch zahlen. Was ich auch im Prinzip vollkommen okay finde, denn wer mehr als zehn Boards braucht, der ist wahrscheinlich auch eher gewinnorientiert im Geschäftsumfeld und dann ist das eigentlich nur fair, dass da bezahlt wird. Wenn wir auch schon im Business-Umfeld sind, bleiben wir mal eben kurz da. Gerade in vielen Firmen ist immer noch Windows 7 in Einsatz, Windows 8 auch noch oder vielleicht sogar noch ältere Versionen. Ich kann es mir gut vorstellen. Und Microsoft hat jetzt dieser Tage einen neuen Patch ausgerollt, der Windows 7-Nutzer informiert, dass die Sicherheitsupdates demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Sprich, ab dem 14. Januar 2020 wird Windows 7 nicht mehr geupdatet in Sachen Sicherheit und von daher sollte man ja eigentlich auf Windows 10 jetzt direkt wechseln, was ja die fortlaufende, ständig aktualisierte Version von Windows jetzt ist. Ja, also ich hoffe, ihr nutzt Windows 7 nicht mehr. Falls es eure Firma tut, dann sollte sie sich mal drum kümmern, dass da bald Schicht ist mit Sicherheitsupdates. Letztes Thema für heute, Dyson. Die haben zu einem Event eingeladen und drei neue Geräte vorgestellt. Einmal einen neuen Sauger. Das ist ja das klassische Kernprodukt von Dyson. Und zwar diesmal den Cyclone V11. Der Nachfolger zum überraschenderweise V10. Ganz normaler Dyson-Staubsauger ohne Kabel, den man in der Hand hält, mit dem man auch Probleme aus dem Boden saugen kann. Also kein kleiner Minisauger. Kostet in der Preiskategorie um 400, 500 Dollar. Hat ein bisschen mehr Power und ist ein tolles Gerät, wenn man nicht meckern. Dazu gibt es noch einen Luftreiniger, der auch die Coolme-Technologie, die Dyson ja auch schon in so Cool- und Heizgeräten einsetzt, benutzt. Der ist jetzt auch neu am Start und der kostet dann um die 350 Dollar. Und überraschenderweise gibt es jetzt auch eine Desktop-Lampe von Dyson, die automatisch auch das Licht ändert und anpasst an die Umgebung. Ein relativ großes Teil. Sieht auch sehr, ja, Space-Science-Fiction-mäßig aus. Und dafür rufen die halt auch zwischen 600 und 900 US-Dollar auf. Also echt ein stolzer Preis. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Kaufen wäre es mir relativ sicher nicht. Ob das was für euch ist, entscheidet selber. Und entscheidet auch selber, ob wir uns morgen nochmal zum Ende der Woche hören. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall bleibt positiv. Und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.